Wir haben für diesen Zündag ein Aerofestival geplant. Ich denke, dass wir vielfältig anfangen mit der Akrobatik. Wir haben ein Flugzeug, das über Kopf legekommen hat. Damit werden wir anfangen. Dann werden wir von Vuelos Bautismus machen. Das sind Rundflüge. Wir haben ein Circuito, wo wir gelegen waren. Jeder, der uns interessiert ist, war mit uns. Da wird ein Entrager geöffnet worden. Die Tickets können sich hier kaufen. Der Mensch, der hier auf dem Flughafen ist, kommt einfach hier ab. Wenn wir da haben, haben wir das alles gemerkt. Die Menschen sind alle apart. Die wollen nicht fliegen. Sie können auch einfach bis zum Flughafen kommen. Und wir haben alle Menschen dort wieder das Aerofestival geplant. Wir haben mit uns das Männer Jubiläum. Die Männer haben hier am 25.02. Geburtstag geführt. In der Aero-Klub fährt fünf Jahre die Geburtstag. In der Folge dessen haben wir uns auch als Piloten eine Notche Sozial anbietet. Ein Gemeinschaftsabend mit Piloten und interessanten und fremden. Wir haben speziell eingeladen Menschen ein Oeventier organisiert. Und das wird auch hier am Flughafen stattfinden. Nur die Anweihung dann von der Tore. So. So. Das wird ungefähr der Anfang sein. Weil wir da waren. Wenn wir da haben, ja, wie den ganzen Tag haben wir da anbietet. Also die Vielfalt-Tieren wird einmal Akrobatik sein. Sparten mit dem Flugzeug. Und un'klockend zwei wird das Waren sein. Und dann un'klockend vorher nochmal. So. Wenn die Menschen dort so eine Waren, das Flugzeug wirklich nicht raufheben können, dann wird der den Klocken geschehen. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant.